Hallo und herzlich willkommen zu meiner Weißenvolle Call of the Black Ops 3. Heute sp... äh eben... äh... grad ich jetzt persönlich gar nichts, denn ich bin im Kilo-Modus, aber das ist ja meine Bestellung. Die Runde nehme ich jetzt gleich auf, weil so im Verlauf der Runde relativ cool war halt. Ist ganz gut verlaufen halt für uns, äh... für mich und mein Team. So. Ich fahr' mal ein bisschen nachmoderieren. Egal. Ist er die Sterbungsrechte? Erste Hilfe in dieser Runde, zumindest für mich... Ach, das war ziemlich schlecht gefassen. Er hat gegen die Gegner... grad zusammen, aber... Das ist ja nicht ganz schlimm, wenn die ein paar Punkte kriegen. Weiter kill dieser Runde, wir spielen. 2 zu 2, ja. Nix geschossen. Ich probier's mal, was wir sehen. Ich weiß es nicht. Glaub ich war eben. Ne, das war nicht da. Später. Ne, das war ja relativ schwer, dass man gehen. Da hat... Ich denke schon viel früher tot sein müssen. Gut. Da wurde immer gelähmt, genauso wie ich. Ja, Mann. 12 zu 46. Das ist ja ziemlich schlecht. Oh, immerhin. Okay. 4 zu 3. Da. Ja. 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 Da wurde ich gemacht. Ich hab selbst jetzt noch nicht gesehen, aber gut. Da hab ich's in der Runde. so gerade jetzt fehlt so ich kann ein bisschen heißen ja das macht man eigentlich nicht ich kann das wegschmelzen bis manche meiner angriffe sind recht gewesen in der runde aber auch nicht alle die besten weiß man es gehört hat den hund der gerade drüben hinter uns gebellt hat leid gerade mal laufen zum spiel ich habe sie mir ganz erinnern aber wir haben Ich sterb grad ziemlich krass. 6 zu 9. 5. Ich wurde gar nicht drauf geachtet. Ich glaube jetzt kommt die Stelle, die ich am Anfang geredet habe, als die solche Stellung schon mal war. Das sollte sie zumindest nicht eigentlich sagen. So, da habe ich einfach geguckt, aber da hätte man auf jeden Fall schneller droppen können. Ich lasse die Schleberlage schon mal bereit. Ich hoffe nicht auf die Schleberlage rollen. Wir sind jetzt mit drei Abschiedsetzer. Oh ne, da bin ich nicht. Nein, ich rückte noch nicht. Ich muss noch nicht funktionär dafür. Da ist der Witzschlag. Und das, der Witzschlag. Und das, der Witzschlag gleichbereit. Der Witzschlag, der Witzschlag, der Witzschlag, der Witzschlag. Da hätte ich auf jeden Fall besser reagieren können. Okay, Beratung, aber. Packen. Packen natürlich hier total. Beste Instillator. Vielleicht so down sein müssen, wie ich da geschossen habe. So schlecht. Das, der Witzschlag ist schon was Schönes. Aber fragt schon Herrschaft. Dann die Gegnade auf einem Rack campen. Ich kann meinen Witzschlag gar nicht was mit dem Kissen machen, aber. Ist auch nicht schlecht. Draußen ist. Das wir gerade, das wir gerade für den Passieren. Warum? Ich höre, kein Problem. Sollte es kein Problem. Das. Keine Ahnung. Oh. Ah, hier ist so. 180. 143. Schaut echt aus. Hier so ein Runde. Und jetzt kann man das Video posieren und in den Kommentaren schreiben, was ihr glaubt, ob ihr gewinnen oder nicht. Wenn ihr es wieder nicht fähig zu schauen habt, zumindest. Obwohl. Hauptsache, ihr Spoiler hat nicht den anderen Leuten. Wir schauen, wie es ausgeht. Ich hab mir nämlich ziemlich scheiße. Voll nicht geil. Natürlich, wenn ich dann oben kommt, kann ich sowieso wegblocken, aber. Gut. Da hab ich jetzt auch nicht wirklich Lust drauf. Ich hab mich so. Für die Stellung hier zum dritten Mal. Wir stehen jetzt gerade. 14. Ja. Bis zu zwei Minuten. Ordentlich was auf der Klage verbracht. So. Ich glaub, das wird auch die letzte Stellung gewesen sein, sobald ich weiß. Ich glaub, ich hab noch einen. Ich hab noch einmal. Dann ist es schwer, aber auch rum. So. Damit ist die Runde auch zu Schwibes. Zunächst mal. Ciao.